So lange sich die Musiker und Musikerinnen hier noch formieren, möchte ich die Zeit nutzen, Ihnen noch ein paar wichtige Worte zu unserem heutigen Stück zu sagen, das wir spielen. Das Stück heißt Abanda und wurde 1966 von dem Musiker und Schriftsteller Chico Borg komponiert. Chico Borg beschreibt in diesem Lied, wie die Musik die Menschen zusammenbringt, wie die Menschen durch die Musik für einen kurzen Moment ihre Probleme vergessen können und wie die Menschen aus der Musik Mut und Zuversicht schocken können. Als 1966 Abanda ein großer Hit in Brasilien wurde, war schon zwei Jahre lang eine Militärdiktatur, eine brutale Militärdiktatur in Brasilien an der Macht. Direkte Kritik an Staaten und Machthabern war nicht mehr möglich. Vor diesem Hintergrund zu sehen ist Abanda ein Protestlied, in dem Chico Borg die Stimmung der Bevölkerung eingefangen hat. Und er hat im Laufe dieser Periode, dieser Epoche der Brasilienischen Diktatur noch etliche Proteste wieder gestimmt, die zum Teil auch zensiert wurden vom Militär. Also, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Abanda und, ach ja, wenn es nicht ganz rund läuft, die Kapelle und die Lok spielt heute das erste Mal dieses Arrangement zusammen. Also zählen wir uns ein bisschen nach. Ach, noch eins. Falls Sie aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen an Apfelsinen denken müssen, wenn Sie es nicht hören, kaufen Sie welche, essen Sie sie. Die sind gesund, aber tun Sie sich keine Apfelsinen in die Haare, das ist totaler Blödsinn. Dankeschön. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018